das geld was wir verdienen ist ein maßstab für den wert den wir anderen menschen bieten wie wir ihr leben besser machen und ein unternehmer ist jemand der das leben anderer besser macht und dabei einen profit macht die zwei dinge wusste ich also wusste ich nur ich muss das leben anderer menschen besser machen und ich hatte am anfang keine ahnung wie ich das tun soll dann hatte ich mein erstes produkt meine erste produkt idee ja ich hatte meinen alten bmw und hatte mein navi drin ganz normales 2000 was war das baujahr 2000 oder so ganz normales zweidimensionales navi und 2006 kam der neue bmw raus der hat ein dreidimensionales navi und das wollte ich natürlich haben weil es cool aussah und habe bin zu bmw gefahren habe gesagt ich habe denn die neue ansicht in meinem alten auto die haben mich natürlich ausgelacht dann haben gesagt geht nicht muss das neue auto kaufen und wenn mir einer sagt geht nicht dann bin ich ja typ der immer sagt jetzt erst recht und ich habe gesagt ich muss ein weg finden ich will ja was haben mit einem nein gebe ich mich nicht zufrieden also sage ich ich will diese neue ansicht in meinem alten auto wie geht's habe mich informiert über die software über die hardware über alles mögliche und hat einen weg gefunden wie man die neue ansicht in das alte auto bekommt man habe das gemacht und sitzt in meinem auto und freue mich wie so ein schneekönig und bin so richtig happy und ich denke mir noch so man wenn mir das einer gesagt hätte dem hätte ich echt ein paar euro dafür gegeben und dann ging mir der größte kronleuchter meines lebens auf wenn ich jemandem dafür geld gegeben hätte damit es doch andere menschen bmw fahrer geben die dies unbedingt haben wollen und bereit sind dafür ein paar euro zu zahlen ich habe gesagt okay jetzt mache ich daraus eine anleitung habe genau geschrieben wird dokument da musst du drücken das musst du einstellen dort musst du hingehen und so weiter und so fort und dann hast du die ansicht waren sieben seiten pdf am ende das habe ich verkauft erst über ebay dann über eigene webseite und ich weiß noch zwei tage nachdem ich es eingestellt habe kommt mein erster kunde und kauft dieses teil für sieben euro damals und die ersten euro sind die wichtigsten aber ich habe mich gefreut es ist ja unglaublich cool aber habe in dem moment noch nicht verstanden was ich da geschaffen habe weil zwei tage später schreibt mir dieser kunde der es gekauft hat von mir eine e mail sagt mensch das ist so super das ist so genial das sieht so geil aus danke 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 du hast mich so glücklich gemacht und ich denke mir den hast jetzt echt glücklich gemacht und menschen glücklich zu machen ist doch das wichtigste im leben also habe ich gesagt wenn ich ihnen glücklich gemacht genauso wie ich damals glücklich war als ich herausgefunden habe dann gibt es doch bestimmt noch ganz viele bmw fahrer die ich damit noch glücklich machen kann man habe es also wieder ins internet gestellt so dass mehrere es kaufen kann man hat damit über die zeit dutzende hunderte tausende zehntausende bmw fahrer richtig happy gemacht weil die richtig glücklich waren dass sie ihr auto so aufwerten konnten durch eine kleine information und einen kleinen trick den ihn sonst keiner verraten hat und damit habe ich die welt besser gemacht menschen glücklich gemacht und habe dabei einen profit gemacht weil ein paar euro blieben hängen pro anleitung und das ist doch das schönste wenn du anderen hilfst ein besseres leben zu leben und dabei selbst einen profit machst heißt damit geld verdienst das eine win-win situation wo alle happy sind ich bin gunnar kessler und ich glaube daran dass jeder mensch es verdient hat genau das leben zu leben was er sich vorstellt und ich will dir helfen genau dein traum leben zu leben daher komm jetzt auf meine webseite trag dich in meinen vip verteiler ein und bekomme eins meiner wertvollsten programme als dankeschön geschenkt